Herzlich willkommen zu unserem Themenschwerpunkt Technische Mechanik. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Sendung schauen wir uns genauer an, was wir unter Lagern verstehen und wie diese darzustellen sind. Zur Verdeutlichung des Themas werden wir einen Brückenneubau näher unter die Lupe nehmen. Dazu schalten wir zu unserer Außenreporterin Rita Rapporta live vor Ort beim Bau der neuen Brücke in Senftenberg. Ich stehe hier direkt vor dem Neubau der Brücke in Senftenberg, über den wir bereits in einer anderen Sendung berichtet haben. Nun steht diese kurz vor der Vollendung und wird am Wochenende eröffnet. Wie bei jedem Bauwerk und Bauteil ist die Lagerung von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit. Lager schränken die Bewegung von Körpern ein und nehmen Kräfte auf. Damit die Brücke sich nicht verbiegt, ist die richtige Auswahl der Lager essentiell. Außerdem muss geklärt werden, wie groß die Kräfte an den Auflagerpunkten sind. Die Lager müssen diesen Kräften standhalten können. Ein Körper hat in der Ebene drei Freiheitsgrade. Das heißt, es gibt drei Bewegungsmöglichkeiten. Die Verschiebung in die X-Richtung, die Verschiebung in die Y-Richtung und die Rotation. Ein Lager schränkt die Bewegungsmöglichkeit eines Körpers ein. Wie viele Freiheitsgrade eingeschränkt werden, wird durch die Wertigkeit angegeben. So spricht man, abhängig davon, wie viele Freiheitsgrade eingeschränkt werden, von einwertigen, zweiwertigen oder dreiwertigen Lagern. Die Kräfte, die dem starren Körper entgegenwirken und vom Lager ausgehen, werden als Lagerreaktionen bezeichnet. Sie stellen ein idealisiertes Ersatzmodell des Lagers dar. Die Lagerreaktionen sind zunächst unbekannt. Nach dem Erstellen des Ersatzmodells wird der Körper vom Lager freigeschnitten. An der Stelle des Lagers werden die entsprechenden Lagerreaktionen eingezeichnet und mithilfe der Gleichgewichtsbedingungen bestimmt. Schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Lager genauer an. Auf der Baustelle zum Brückenbau werden täglich Lasten bewegt, wie hier mit dem Kran. Vorne an der Laufkatze ist die Kette befestigt, an der die Lasten hängen. Die Laufkatze entspricht hierbei einem einwertigen Lager. Es kann nach vorne und hinten bewegt werden und die Kette kann schwingen, das heißt sie rotiert. Nur die Bewegung nach unten und oben ist eingeschränkt. Im Ersatzmodell wird ein Loslager so dargestellt. Als nächstes wird das Loslager freigeschnitten. Da bei dem Loslager nur ein Freiheitsgrad eingeschränkt wird, gibt es auch nur eine Lagerreaktion. Die Bewegung wird in vertikaler Richtung eingeschränkt. Die Lagerreaktion zeigt dementsprechend in dieselbe Richtung. Um den Verkehr auf der Brücke effizient zu regulieren, werden Schranken eingesetzt. Die einzige Bewegungsmöglichkeit der Schranke im Auflagerpunkt ist eine Rotation. Bewegungen nach unten, oben, rechts und links, also alle Bewegungen in horizontale und vertikale Richtung, werden eingeschränkt. Weil zwei Freiheitsgrade eingeschränkt werden, reden wir hier von einem zweiwertigen Lager. Um ganz genau zu sein, handelt es sich hier um ein Festlager. Im Ersatzmodell sieht das Ganze dann so aus. Wenn im nächsten Schritt das Lager im Freischnitt weggeschnitten wird, müssen die Lagerreaktionen eingezeichnet werden. Bei einem zweiwertigen Lager sind das zwei Lagerreaktionen. Das Festlager der Schranke verhindert die beiden Translationen in horizontaler und vertikaler Richtung. Die Lagerreaktionen sind also einmal eine Kraft in horizontaler Richtung, fx, und eine Kraft in vertikaler Richtung, fy. Die Rotation ist weiterhin möglich. Damit Unfälle in der Nacht minimiert werden können, ist eine ausreichende Straßenbeleuchtung notwendig. Straßenlaternen sollten sich am besten gar nicht bewegen. Das heißt, es sollen alle Freiheitsgrade eingeschränkt werden. Wenn das Lager die Translationen in beide Richtungen und die Rotation einschränkt, handelt es sich um ein dreiwertiges Lager. Ist ein Körper fest mit einem anderen Körper verbunden, also geklebt, geschweißt oder geschraubt, dann wird von einer starren Einspannung gesprochen. Das ist auch bei der Straßenlaterne der Fall. Im Ersatzmodell sieht das Ganze dann so aus. Da bei einem dreiwertigen Lager alle Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, sind beim Freischnitt drei Lagerreaktionen einzuzeichnen. Die Kraft in horizontale Richtung, fx, die Kraft in vertikale Richtung, fy, und das Moment, m. Hier sehen wir nochmal eine Übersicht der verschiedenen Lager. Abhängig von der Wertigkeit des Lagers werden unterschiedlich viele Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Dementsprechend treten an den verschiedenen Lagern unterschiedlich viele Lagerreaktionen auf. Gehen wir nochmal zu unserem Brückenbeispiel zurück. Die Lagerung der Brücke sollte statisch bestimmt sein. Das heißt, dass es drei Lagerreaktionen gibt, durch die alle drei Bewegungsmöglichkeiten genommen werden. Bei der Brücke ist das der Fall, wenn wir ein Fest- und ein Loslager haben. Links beim Festlager gibt es eine vertikale und eine horizontale Lagerreaktion. Rechts beim Loslager gibt es eine vertikale Lagerreaktion. Würde die Brücke mit zwei Loslagern gelagert werden, dann würde nicht jede Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt werden. An beiden Lagern gibt es jeweils nur eine vertikale Lagerreaktion. Wie man sieht, könnte sich in diesem Fall die Brücke noch nach links und rechts bewegen. Man spricht von einer statisch unterbestimmten Lagerung. Wenn zwei Festlager benutzt werden, gibt es mehr als drei Lagerreaktionen. Bei beiden Festlagern jeweils eine horizontale und eine vertikale Lagerreaktion. Die Lagerung ist statisch unbestimmt und kann mit der Statik allein nicht berechnet werden. Außerdem kann es bei dieser Art von Lagerung zu inneren Spannungen kommen. Beispielsweise durch Ungenauigkeiten bei der Fertigung oder wenn sich der Körper bei Wärme ausdehnt. Der Körper kann sich nicht mehr frei ausbilden und verformt sich im schlimmsten Fall. Eine statisch bestimmte Lagerung bringt also mehrere Vorteile mit sich. Diese Systeme lassen sich in der Statik mit den Gleichgewichtsbedingungen berechnen. Außerdem werden dem Körper alle Bewegungsmöglichkeiten genommen und es kommt nicht zu inneren Spannungen im Bauteil. Zur Erklärung der Zusammenhänge können wir auf die Gleichgewichtsbedingungen verweisen. Ein Körper befindet sich im Gleichgewicht, wenn sich die Wirkungen aller an dem Körper angreifenden Kräfte und Momente aufheben. Der Körper erfährt keine Beschleunigung. Das heißt, er bewegt sich nicht oder er bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Mit anderen Worten, die resultierende Kraft und das resultierende Moment müssen gleich Null sein. Für jede Bewegungsmöglichkeit muss eine Gleichgewichtsbedingung aufgestellt werden. In der Ebene sind das jeweils ein Kräftegleichgewicht in vertikale und horizontale Richtung sowie ein Momentengleichgewicht um einen Bezugspunkt. Mithilfe der Gleichgewichtsbedingungen kann überprüft werden, ob sich ein Körper im Gleichgewicht befindet und es können unbekannte Größen berechnet werden. Schauen wir uns das noch an einem Sportbeispiel an. Die Athletin trainiert für die Space-Handball-Meisterschaften und übt Klimmzüge. Die Klimmzugstange ist links in die Wand eingespannt und wird rechts mit der Gewichtskraft der Athletin F1 belastet. Damit die Athletin sich nicht verletzt, darf die Klimmzugstange sich nicht bewegen. Sie muss im Gleichgewicht sein. Jetzt stellt sich die Frage, welche Kräfte die Einspannung aufnehmen muss, damit das gewährleistet ist. Im nächsten Schritt zeichnen wir die Lagerreaktionen ein. Bei der Einspannung handelt es sich um ein dreiwertiges Lager. Alle Freiheitsgrade werden eingeschränkt. Daher sind hier auch drei Lagerreaktionen vorhanden. Die Kraft in vertikale Richtung, FY, die Kraft in horizontale Richtung, FX und das Moment M. Um die Lagerreaktionen zu ermitteln, stellen wir die Gleichgewichtsbedingungen auf. Zuerst in horizontale Richtung. Hier wirkt keine andere Kraft. FX wird somit Null. Da die Athletin keine Kraft in diese Richtung aufbringt, muss die Einspannung auch keine Gegenkraft aufbringen. In vertikale Richtung wirken die Lagerkraft FY und die Gewichtskraft F1. Die Summe der beiden muss Null ergeben. Diese Formel stellen wir nach FY um. Hier kompensiert das Lager die aufgebrachte vertikale Kraft der Athletin. Für das Momentengleichgewicht um den Bezugspunkt wird die Summe aller Momente gebildet. Zusätzlich zum Moment der Einspannung bewirkt die Kraft F1 einen Moment um den Bezugspunkt. Dieser berechnet sich aus F1 mal A. Die Summe der beiden Momente soll Null ergeben. Diese Formel kann nach M umgestellt werden und das Moment an der Einspannung entspricht F1 mal A. Auch hier stellt die Einspannung der aktiven Athletin ein gleichgroßes Moment entgegen. So konnten wir über die Gleichgewichtsbedingungen alle Lagerreaktionen bestimmen. Achtung, die Gleichgewichtsbedingungen an der Stange sind nicht immer gleich, sondern passen sich an die auf sie wirkenden Kräfte an. Die IngenieurInnen haben die Lagerkräfte berechnet und können so die Sicherheit der Lagerung der Brücke garantieren. Der Öffnung am Wochenende steht nichts mehr im Weg. Mit diesen erfreulichen Erkenntnissen gebe ich zurück ins Studio. Vielen Dank, Rita Rapporter. Für alle, die erst zwischendurch eingeschaltet haben, hier nochmal die wichtigsten Punkte im Überblick. Lager sind Bauteile, die die Bewegungsmöglichkeiten von Körpern einschränken. Wie viele Freiheitsgrade eingeschränkt werden, wird über die Wertigkeit angegeben. Die Kräfte und Momente, die von den Lagern auf den Körper aufgebracht werden, nennt man Lagerreaktionen. Bei einer statisch bestimmten Lagerung werden alle Bewegungsmöglichkeiten genommen und die Lagerreaktionen lassen sich über die Gleichgewichtsbedingungen berechnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend noch die aktuellen Tabellenplätze der Space Handball Liga.